Wage ich es? Wage ich es nicht? Hau ich ab? Bleibe ich? Ich hau ab. Schließlich ist das eine Race und ich darf nicht zu viel Zeit verlieren. Deswegen bin ich hier in der Sackgasse. Und ich habe das Schild des Ritters. Sollte ich doch gleich mal ausrüsten. So, da. Ja, gibt schon etwas Verteidigung. Also warum nicht? Da komme ich auf jeden Fall auch noch hin. Ah, von da rechts würde ich da hinkommen. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, was mich da noch erwartet. Daran kann ich mich noch erinnern, wenn ich dort nochmal antreffen werde. Weil da habe ich nämlich auch noch sehr schlimme Erinnerungen dran. So, wo befinde ich mich jetzt? Okay. Natürlich gucke ich erstmal hier in der Sackgasse. Ah, hier kann man sich doch hinsetzen, oder? Ja, genau, genau, genau. Ne, ich muss mal auf der anderen Seite. Hier kann ich, glaube ich, beichten, oder so. Ah, wir sehen eine Frau. Wow! Okay, und wir wurden erstochen. Okay, das passiert aber nur einmal. Das hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Aber ganz schön fies. Naja, von wegen Beichtung. Ich konnte nicht beichten, ich wurde gleich erstochen. Naja. Deswegen, Leute, wenn ihr hinter so einen Vorgang geht, passt lieber auf, wer sich dahinter befindet. Man weiß nie, was passiert. Ich will euch jetzt keine Angst machen. Nein. Naja, auf jeden Fall. Oh Gott. Sturmklettern, Skellerank. Äh, ja. Synonym auf Bumerang. Nur halt mit Skeletten. So. Okay, wow. Oh, diese Wolken, ja. Die sehen echt toll aus in diesem Spiel. Das hat Konami echt schön gemacht. Da kann ich auch erst dran, wenn ich dieses Ding da unten zerstöre. Ah, ich bin hier in der Kapelle. Naja, nicht gefangen. Sehe, jetzt geht's noch höher und jetzt kommen gleich diese Flügelwächter. Das weiß ich auch noch. Die kommen ja nicht immer an solchen Stellen. Wow. Einen Raben gibt's ja auch noch. Da ist er. Okay, da bin ich. Einen Raben will ich aber noch. Okay. Sehr gut. Rüber. Ah, scheiß Rabe. Na komm. Gib mir wenigstens noch das Geld. 25. Geht ja noch. Und. Ja, dieser Rabe. Wie soll ich da jetzt lieber nicht rüberkommen? Äh, gar nicht? Schwarze Krähe. Ist das. Okay, so geht das. Man muss nur wissen, wie. Na komm her. Verschwinde bloß. Oh ne, hier ist so ein Geistritter. Ähm, jagendes Mädchen. Wie auch immer. Ist doch dasselbe fast. So. Yay, Level up. Und wir sind schon 15? Wow. Was ist das für eine Krähe? Hier ist die Flügelwache. Wie gesagt. Was ist denn hier links? Okay, da komm ich nicht durch. Noch nicht. Ah, was zum... Okay, ich muss nach oben. Das ist schon mal klar. Ah je. Das ist so... Okay, so. Ach Mensch. So wird das nichts. Na komm. Sei brav und komm her. Ich tue dir eher weh als du mir. Sieh es ein. Aber du willst es wohl nicht. Nein, die will ich nicht. Ach Mensch. Es ist dumm, dass man die nicht sieht. So, weg ist sie. Okay, ein blauer Rabe. Und hier haben wir eine Glocke. Können wir uns einen kleinen Spaß mit können. So, komm her. Moment, kann ich hier nicht rechts? Moment, hier kann ich noch nach oben. Hier kriegen wir maximale Lebensenergie. Steigert sich. Und ein Stärketrank und eine Silberplatte. Ich glaube, die Silberplatte... Oh, verdammt. Silberplatte sollte ich erstmal ausrüsten. Ja. Nachdem die Wartezeiten des Pausebildschirms behoben sind. Super. Ach Mann. Ah, gut. So, wo haben wir es? Da, Bronzer. Silber. Okay, das ist schon mal sehr gut. Lebe ich wenigstens ein bisschen länger. Yo, ich wurde noch getroffen. Ein Knochen-Halbert. Halbert ist so eine Axtart. Deswegen, die kann man nicht übersetzen. Glaube ich nicht. Wir wissen zumindest nicht, was Halbert übersetzt heißt. Wobei, wenn ich jetzt schon von Halbert spreche, muss ich gerade an Kirby denken. An das Raumschiff von Meta Knight. Okay. Ja, das ist bei Wasser. Scheiße. So. Ist wesentlich gesünder Eis. mit meinem Schwert hier anzugreifen. So, jetzt bin ich schon auf einer Seite. Ähm. Okay, hier muss ich noch höher. Das wird ja noch ein riesen Spaß. Scheiß schwarze Krähe. Nein, das wollte ich nicht. Ah, es fängt an zu lenken. Verdammt. Äh. Okay, da muss ich weiter, aber... Ach, Mann. Die sieht man nicht, diese verdammten... Mistviecher. Ist hier noch irgendwas brauchbares? Ja, da ist ein Ring. Den ich verkaufen könnte. Ah, verdammte Flügelwache. So. Kann ich immer gebrochen, wenn ich nachher noch Sachen kaufen muss. Und was mir auch noch eingefallen ist... Ich hoffe mal, dass es auch stimmt. Dass meine Vermutung wirklich stimmt. Ähm. Dieses Ding hier war... Moment. Ich mach mal Pause. Ich glaub, das war ein Fehler. Ja. Ja, auf jeden Fall diese komische Karte. Von wegen, wo was mit Labiorin... Äh. Labiorin. Bücherei stand. Ähm. Dass das eventuell mich zur Bücherei führen könnte. Zu dem Laden direkt. Äh. Muss grad noch mal gucken. Wo ist es denn? Da. Labior, äh. Büchereikarte. Ich denk mal schon. Dass man dann da... Hinteleportiert wird. Wär auf jeden Fall praktisch. Aber... Noch werde ich's nicht verwenden. Erst wenn ich wirklich mehr Sachen kaufen muss. Und noch will ich nix kaufen. Okay. Neuer Boss. Ah. Hippograaf. Äh. Griff. Okay. Moment. Frissweilwasser. Wow. Megaschaden. Ich glaube, dieser Kampf könnte lustig werden. Wow. Scheiße. Ah, jetzt fliegt das Vieh auch noch. Okay. Komm, Rotter. Sei brav. Scheiße. Das war nix. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Kommt. Das Vieh müsste bald kaputt sein. Okay. Der Axtstücke ist noch ein bisschen. So. Mist. Ah, kann ich wissen, dass dieses Vieh gleich nochmal Flug ansetzt. Scheiße. Oh, komm runter. Komm auf den Boden der Tatsachen zurück. Perfekt. Wow. Okay. War doch jetzt nichts Schlimmes. Und wieder erhöht und sich... Äh, Maria schon wieder? Okay. Die kommen gar nicht zum Sprechen. Äh. Na, mal schauen, was er jetzt will. Sofern das noch was wird. Erstaunlich. Du bist sehr stark. Was möchtest du? Du bist nicht, äh, hergekommen, um mir das zu sagen. Du hast recht. Kennst du den Namen Richter Belmont? Von dem Belmont-Klan? Natürlich. Aber... Da sieht man sogar Simon Belmont. Er ist verschwunden vor einigen Jahren. Und ich bin sicher, er ist hier. Wenn du ihn siehst, sag es mir bitte. Wie du wünschst, meine Lady. Danke. Also, weißt du, wie man... Wie man sich als Gentleman zu verhalten hat. Okay, wir sollen also nach Richter Belmont Ausschau halten. Nach, ähm... Ja, ihren... Okay, jetzt, ähm... Ist die Frage, wie das mit den... Na, mit der Familiensache ist. Also, Maria ist... Nein, Maria ist die Schwester von... Seiner Freundin Annette. Äh, Renard. Dann ist Richter... Ah. Okay, was ist Richter dann in Marias Augen? Ich hab keine Ahnung. So, wo kann ich lang? Ah, hier ist hoffentlich ein Speicherpunkt. Vielleicht wisst ihr euch da mit dem... Erbrecht-Zeugs da oder... Baumstamm... Was weiß ich? Zeugs ein bisschen besser aus als ich. So. Äh, bei... Nee, Enkeling kann's nicht sein, oder? Nee. Hm, ich weiß es gerade echt nicht. Naja. Ah, schon wieder so Mistvieh. Ja, klar, ich schlag gegen die Glocke und traf das Vieh. Mistvieh nicht. Wer hier oben ist, jetzt nichts brauchbares. Komm, ja, gib mir was brauchbares. Ein Trank. Sehr gut. Und ein Schwert. Ein besseres, hoffentlich. Cutlass. Okay, das ist... Auf jeden Fall eine... Wow. Gute Schwernerart. Tausche ich mal gegen den Skimmiter aus. Und tschüss Flügelwache. Und wir kommen, glaube ich, in ein neues Gebiet. Denke ich mal. Also wenn rote Türen kommen, sind wir immer... In einem neuen Gebiet. Ähm, die Musik. Rundturm. Ehm, die Musik.